Heute möchte ich euch den Unterschied zeigen zwischen einem normalen Koteblatt und einem Wanderkoteblatt. Hallo, hier ist der Ralf von Jördeland, heute hier aus dem Park bei uns gegenüber auf dem Laden. Ich habe zwei Koteblätter mitgebracht. Das eine, was oben drauf liegt, ist die normale Koteplane, wie sie bald auch jeder kennt, und unten drunter liegt das Wanderkoteblatt. Beide Koteblätter haben die gleiche Funktion. Man sieht den Hauptunterschied. Sie sind einfach von der Größe her deutlich unterschiedlich. Während eine aufgebaute Kote aus vier normalen Koteblättern einen Durchmesser von ungefähr 4 Meter hat, komme ich bei der Wanderkote dann schon auf ungefähr 5 Meter Durchmesser. Das heißt, ich habe ein deutlich größeres Platzangebot in der Wanderkote drin und kann da einfach mehr Personen oder mich etwas großflächiger drin ausbreiten. Es gibt weitere Unterschiede an diese zwei Koteblätter, die möchte ich euch gern zeigen. Vorwiegend ist der Unterschied, dass die Wanderkoteblätter nicht mehr dazu gedacht sind, ein Jördeldach draus zu machen. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, an der Seite etwas anzubringen. Dafür haben sie ein etwas optimierterer Verschluss. Das funktioniert auch mit Schlinge und Öse, aber die Wanderkote hat eine Art Taschenverschluss. Das macht die an der Übergänge einfach noch mal etwas regedichter. So, und jetzt zeige ich euch einfach die Unterschiede im Detail. Dann könnt ihr euch das einfach mal genau anschauen. Oben das normale Koteblatt hat hier Knopf und Knopfloch. Diesen 20 Zentimeter breiten Erdstreifen. Während die Wanderkote hier auf Knopf und Knopfloch verzichtet und nur diese Öse zur Abspannung mitbringt. Hat auch eine Erdstreife, der ist etwas breiter, sind dann schon 20, sind es 23 Zentimeter. Das macht jetzt wenig den Unterschied. Während die Wanderkote in der Mitte zwischen unserer Ecke jeweils noch eine Öse sitzt, habe ich hier beim normalen Koteblatt, habe ich diese Schlaufe. Darauf verzichtet die Wanderkote. Das heißt, hier sind am unteren Rand keine Schnüre angebracht. Auch in der Ecke erkennt man das gut. Hier habe ich zwei Schlaufe. Eine große Öse, mehrere kleine Öse. Die Wanderkote spart sich das alles und hat nur eine einzelne Öse. Um an der Wanderkote dennoch mit einer Schlaufe arbeiten zu können, dass ich meinen Hering nicht direkt durch die Öse stecken muss, kann ich mir einfach eine Seilschlaufe nehmen, und die hier durchstecke. So kann ich hier meinen Hering problemlos auch durch die Seilschlaufe machen. Das kann ich vorbereiten schon und kann es dran lassen. Oder verwende das einfach nach Bedarf. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Es freut mich immer, wenn ihr unsere Tipps und Tricks hier anguckt, wenn ihr uns besucht auf unserem YouTube-Kanal. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Lasst uns einen Daumen hoch da. Das freut uns. Wir spornen uns an zum Weitermachen. Wir haben noch viele Ideen, die einfach in der nächsten Zeit für euch da noch umsetzen wäre. Kommt vorbei, guckt rein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Euer Ralf von Jördeland. Jördeland. Ich bin jetzt ein Daumen hoch.